Hier im Oberland und speziell auch im ganzen Kanton Bern ist die Kultur, dass man den Kühen trich und die Glocke anlegen. Und das gehört zum Alpaufzog. Die letzte Nacht. Komm! Morgen ist am 2. Tag wach. Da stehen wir die ganze Familie auf. Und dann kommen wir hier und ziehen den Stall auf. Und dann gehe ich auf die Weide und rufe den Kühen. Komm, Rulli, komm, komm, komm! Und dann kommt die Hinderste und die letzte Kuh kommt von selber. Und das ist das Emotionale, das alle Jahre wieder zu erleben. Die Tiere wissen, jetzt geht es in den Berg. Jetzt dürfen wir in die frischen Alpenkräuter. Wenn wir ohne die Glocke drücken lassen würden, wäre es wie ein Traubzug, wie es gesagt. Aber wir dürfen sie anlegen und das macht Freude. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020